Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, wir haben wenig Autos da zum Verkaufen. Dafür ist es im Moment umso kranker, was bei uns in der Werkstatt abgeht. Ich nehme euch mal mit. Ich mache auch zu allen Autos noch einzelne Videos, aber ich wollte euch das einmal am Wochenende in so einem Gesamtüberblick zeigen, was wir alles da haben, weil so eine fette Auswahl und so eine Bandbreite haben wir selten auf einen Schlag hier gehabt. Womit fangen wir an? VWC 7, Kammer H2, da hinten steht noch ein Pontiac, das ist der Schleppwagen, mit dem wir die transportieren. Dann haben wir noch zusätzlich ein ganz neues Auto, der ist aber zum Verkauf und zwar haben wir den VW Atlas, aber Cross Sport. Ich habe euch schon mal ein Video gezeigt, da haben wir den normalen Atlas da gehabt und das ist jetzt der mit dem Schrägheck hinten dran. Kommt aber auch ein separates Video. So, dann ganz was Feines. Jeep Wrangler, aber ganz alt, aber ganz geil. Dann, das hört gar nicht auf. Alte Corvette, da sind wir auch fleißig dran. Und jetzt könnte passieren, dass ich euch zwei Oberknaller zeige. Kommt mal mit. Weil es gibt ja immer bei den Amis viele, viele verschiedene geile Autos und wir haben zwei Urgesteine. Was soll ich sagen? Kennt ihr sowas vielleicht? Kennt ihr Cobra? Kennt ihr auch die Mehrzahl von Cobra? Weil die Mehrzahl von Cobra ist Cobra's. Wir haben im Moment zwei Cobras hier stehen. Voll geil und voll heftig. Also ihr seht, im Moment ist hier die komplette US-Palette vertreten. Von alt bis neu. Von wenig gelaufen bis viel gelaufen. Von viel vertreten bis Einzelstück. Also im Moment ist hier richtig rambazamba. Und in den nächsten Wochen erwartet uns auch noch mehr. Ich zeige euch aber die Autos erstmal in einzelnen Videos. Weil ich denke, so eine schicke Cobra kann man schon mal etwas ausführlicher vorstellen. Oder nicht? Daily oder wo es weiß da o mit von